Denkst du, deine Ferienunterkunft ist sicher? Denk nochmal nach, denn hier sind drei Horrorgeschichten von Vermietern, die genau das gleiche dachten. Mein Name ist Mustafa Niemad Ali und ich habe mich auf die Absicherung von Ferienunterkünften spezialisiert. Wir steigen jetzt aber in die erste Geschichte ein. Eine Vermieterin verlässt sich auf die digitalen Schlösser, um ihren Gästen Zugang zu ihrer Wohnung zu gewähren. Ein cleverer Hacker knackt das System und verschafft sich so Zugang zur Wohnung. Über mehrere Wochen hinweg wohnt er dort, ohne dass die Vermieterin es merkt und entwendet nach und nach Wertsachen und persönliche Informationen. Als die Vermieterin endlich dahinter kommt, ist es zu spät. Ihre Identität wurde bereits für betrügerische Zwecke missbraucht und die Dinge im Haus haben auch gefehlt. Horrorgeschichte Nummer 2. Ein Vermieter bemerkt nicht, dass die Feuchtigkeitssensoren in seiner Ferienunterkunft nicht korrekt funktionieren. Ein kleines Leck in der Wasserversorgung, das frühzeitig entdeckt hätte werden können, verwandelt sich jetzt zu einem massiven Schimmelbefall. Als der Vermieter endlich darauf aufmerksam wird, muss die gesamte Wohnung saniert werden, das zu enormen Kosten und Einnahmsausfällen geführt hat. Und Horrorgeschichte Nummer 3. Ein Vermieter vermietet seine luxuriöse Ferienunterkunft an ein scheinbar nettes Paar. Eines Tages erhält er einen Anruf von der Polizei. Die Gäste waren eigentlich Teil einer organisierten Bande, die hochwertige Wohnungen mietet, um dort illegale Aktivitäten durchzuführen. Die Wohnung wurde als Zentrum für betrügerische Aktivitäten genutzt. Und der Schaden beläuft sich auf zehntausende Euro, ganz zu schweigen vom Imageverlust der Ferienunterkunft. Willst du also, dass deine Ferienunterkunft die nächste Horrorgeschichte schreibt? Nein? Dann nimm gleich Kontakt mit uns auf, damit wir dieses Risiko so gut wie möglich absichern können.